Jojo und der Professor, jetzt wieder der neue Podcast, könnt ihr gucken. Dann haben wir hier direkt aus dem Tiger in Gao-Shin gemacht, in Taiwan. Oder haben wir den vielleicht doch in dem Drachen gemacht? Oder war vielleicht Jojo nur in dem Drachen und der Prof in dem Tiger? Also es hört einfach rein, es kann alles passieren.